Hallo mein lieben Zuschauer und willkommen zu einer weiteren Folge Dalek Mod. Heute gehen wir in den Nether und gucken, dass wir zwei Zutaten kriegen. Zwei oder drei. Jetzt wollen wir uns richtig zu machen. Zwei. Zwei Zutaten brauchen wir. Ne, drei. Pff, ich kann nicht lesen. Ja, letzte Folge waren wir auf Transalore und haben wirklich so einen stylischen Move bekommen. Versteht nicht? Ja. Danach sind wir ins End gekommen. Aber leider, da stehen wir hier fast abgestürzt. Das heißt, dieses Flypanel hier... Bye bye. Das ist zu gefährlich. Das bringt jetzt so in Schwierigkeiten. Jo. Ähm, wir können mal gerne kurz probieren. Hier sind wir. Mal kurz rausgehen. Oh, fff, fff, fff. Jetzt fast zu Ende, mein ins Pop. In Pop geguckt. So, wir... Okay, mal kurz was. In Fortress wird es mit MS. Kommt doch her, ist aber großem eh, ne? Warte, wann gab's das Endfort? Ich glaub's denn als wir verfahren. Ja, gut. Dann würde ich sagen, geht's jetzt auf für den Messer. Aber... Vielleicht bringen wir uns ja am Ende mal so weiter hin. Am besten, wenn man nicht so da war. Das wäre schön. Ja, auf dem Mond wollen wir nicht. Wenn so ne Romer auch nicht. Ja, so. Perfekt. Safe. Vielleicht haben wir das Glück, dass er uns direkt zu einem... Ja, das ist der Brottschus bringt. Ja, aber dann ist es aber noch mal so. Jetzt bleibt mir noch mal zu gerissen. Was musst du haben? Oh... Oh! 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 Hey, und da waren wir ganz kurz. Ja, gut, ne? Also, wir fliegen jetzt gerade durch den schönen Vortex hier, wie ihr seht. Und, ja, dann landen wir mal. Ja, ich bin richtig, 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 ich bin richtig. Wir landen in Lava. Okay, in diese Richtung ist Z. Z fliegen wir mit dem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke und 2 hoch. 7 und 2, warte mal. Minus 2, ne? Minus 7 ist mir hoch. Also. 8. Äh. 495. Mal gucken, ob wir jetzt, äh. Ey, ich will auch nicht fliegen, weil es gut ist. Ne? Alter, haben wir irgendwas, was uns gerade Feuerschutz gibt? Äh, haben wir Essen? Wenn ja, können wir das hier reinpacken. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir Feuerschutz. Hilfst mir in dem Effekt, ja, gut. Ne, Feuerschutz, bin im Feuerschutz. Ich bin im Feuerschutz. Ren, renn, 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 renn. Was zu? Oh, wir haben's. Oh, wir haben's. Oh, wir werden noch genug Zeit. So, ich weiß nicht, warum die Tal ist genau da parkt. Das ist der Rohort, wäre doch auf jeden Fall hier. Puh. Alter, wie viel dick die denn? Ja, jetzt ist ein Brot. So, also, wir brauchen jedenfalls Netherwarzen. Wir brauchen Magma Cream. Und wir brauchen ne Gasträder. Mal wissen, wo kriegen wir denn alles her? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Oh, Perfekt, haben wir ein bisschen Quarz. Ähm, wo war das noch? Na, wo war es das wieder? Und Dickman, tschüss. Ähm, hm, 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 hm. Wir kommen wieder rüber. Aua. Irgendwo gesagt, Sprung. So, werden sie in Plätze. Ich brauche eine Partie nicht. Ähm, wir bräuchten ne Endfortress. Ähm, wie kommen wir da hin? Ne, nicht Endfortress. Oh, wie hieß das denn hier im Nether? Netherfortress. Ne, nicht Minus. Ich werde auch mal falsch geschrieben. Ähm, wirklich... Und ich werde noch nicht. Ähm... Ähm, okay, dann nicht. Wir wollen nur mit Fliegen einfacher, aber können wir momentan nicht, da das Ding komplett verpackt ist. Nein! Knackpiste, ganz knackpiste. Alter, ich brenne noch. Aufzubrennen, aufzubrennen! Stopp! 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 Alter! Blownstone! Hm... Okay, das muss ich hier einstecken, ich komme damit ja ein bisschen weiter. Das hätte wir gut. Eieieieie... Oh nein, ich bin nicht so einer der Farcefitchen können, aber... Okay, wir haben noch 5 davon. Und... Wo ist das? Äh... Ich kann... So... Ich bin da... Da... Okay... Lul... Ich muss auf jeden Fall hier mal... Steinchen... So, sollte reichen... Jetzt hat man schon da... Wo? Oh... Ich hab Shift nicht losgelassen, ich schwöre... Wo kommst du denn her, Dalek? Naja... Ist doch gut... Ah man, die da ist mir schon wieder... Oh oh... Okay, okay... Vielen Dank... Dass ich mir hier den Anschluss gegeben hab... Naja... Kannst mich auch mal exterminaten, Alter... Ich hab's mir... Ich hab's mir... Ding gesagt... Ich hab's mir... Ding gesagt... Hier das Ding... Also echt... Yes, cool, lad... Die brauchen wir für'n Ofen, müssen ja alles herviel besorgen... Kohle... 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 Oh... Alter, was? Silikon... Yes... Als Sven... Das ist ja auch... Die Kohle... Ich denk' das auch... Ist auch Kohle... Lul... Sieht ja beides komplett gleich aus... Ist ja auch... Oh, jetzt haben wir Silikon... Was können wir denn... ... aus Silikon machen? Aha... Okay... Die Phonebox... Wett wohl... Da können wir die ganzen Dinge herstellen... User-Weck... Winter-Portal... Ah, cool... Gold, ja, was können wir machen? Wir brauchen nur noch Drass, und Drass kriegen wir irgendwo hier aus Koffer. Ja gut, dann müssen wir uns mal noch ruckst, wo wir da noch drücken, ne? Erstmal möchte ich hier noch dieses ganz viele Erz da oben haben. Wo ist es? Da ist es. Also im Nether werden wir später auf die Vorderung mal gucken. Zeig euch das in Sonic Crystals. Jaaaaaaaa... Wir haben welche... Wir haben welche... Jetzt kann man unsere technische Schallschrauben ziehen machen. Da ist noch mehr für... Da ist wahrscheinlich noch mehr von Silikon, sind bestimmt auch Mangelbare, da ist es Kohle. Ich sehe den Unterschied nicht zwischen Silikon und Kohle, ist das Silikon oder Kohle? Kohle, Kohle haben wir. Können wir uns merken, dass sie Kohle ist. Erstmal heilen wir uns. Das sieht mir aus wie Kohle. Ist irgendwo ein Zombie. Ok, wir kennen ja mal kurz ein bisschen Akronen hier. Was gibt es denn, was so schön ist? Also ein Berggebiet, der lauert ist ja eigentlich nur von Herzen. Und Schaf. Dankeschön. Achja, kurz unterbrech schon mal wieder. Mann, ich hab so viel Zeit drauf angelegt, dass wir noch irgendwie drei Folgen machen können. Und in der vierten wollte ich dann die Citadelle. Aber das Video, glaub ich, hat heute nichts. Das heißt... Ähm, morgen erkunden wir... Oh, da ist es zumindest nicht. Morgen erkunden wir die Citadelle. Oh, ich wollte es da auch schon mal. Ich muss mal ganz kurz die Flöten machen. So, woher hab ich meine Axt dabei? Nee, natürlich nicht. Oh Gott, ey! ich hab ja Anzüge, die mich vor Säureregen schützen denkt ihr Säureregen auf der Erde? wäre jetzt ja mal die Frage ich hab einen Schaden kriegen Regen lol ok wieso kriegen die im Regen Schaden, what the heck naja das soll mir recht sein wir machen uns mal ganz kurz facken bum bum weg, facken, rum so her und ab in die Höhle holen Schaden gleich mal hin da war, ist die Kron mein Gott für mich hier irgendwo was hat denn das auch? ja ok das ist Helikon Ich bin der Kuss, aber ich bin der Kuss. Ich bin der Kuss. Ich bin der Kuss. Tatsache! Oh, bitte, lass es das sein, das wir brauchen. Ja, Kopper. Wir müssen nämlich Cocker schmelzen, um unsere Kase zu machen. Ja, und das machen wir in der nächsten Folge. Ich suche noch ein paar von denen. Die werden wir dann einschmelzen und dann unsere erste richtige Karte machen. Bis dahin, macht's gut und tschau! Werde Wettke!